Vor den Weihnachtsferien hat eigentlich die komplette Uni mehr oder weniger zugehabt. Einfach bedingt dadurch, dass die die ganzen Kosten runterfahren wollten. Es geht natürlich auf die Kosten, auf die Gasrechnung, wie heizen wir, es geht auf alle Nebenkosten, dass ich zuhause sitze. Das ist halt immer so eine Gasrechnung und dann hast du irgendwo noch ein anderes Leben, privates Leben, was du ausleben möchtest. Ich finde es halt unfair, dass Familien, die nicht so viel Geld haben, ja in diese Notlage kommen, wenn man in die Zukunft blickt. Auch die Gaskonzerne müssen sich Faktor stellen, einfach, damit wir nachhaltig leben können, damit meine Generation, die Generation danach was zu leben haben, finde ich.